willkommen zurück zu rebel galaxy outlaw teil 2 das letzte mal hatte ich ja noch gesagt okay ich mal noch eine mission das habe ich auch getan wie man unten an meinem credit stand sieht das lief auch naja nach dem dritten anlauf denn tatsächlich habe ich zwar immer das problem gehabt dass man meine gegner zu stark waren ja typisch dass da wo es passiert das habe natürlich aufgenommen naja passiert gut dann reden wir noch mal mit richter und mal sehen was wir denn machen sollen all right i'm squared away can we get on with this perfect i've got a little software key i'll use to access the repeater while you watch my back i broadcast the key we get the codes and then we'll have what we need to grab that package right little man i know a bullshitter when i meet them and this whole planet your stinks but or zoo did me a solid so we're gonna do it that goes bad though you know whose ass i'm gonna kick down calm down you'll see it's gonna be smooth sailing da kann nix schiefgehen wissen wir ja kennt man immer dasselbe okay wie gesagt ich habe so weit wieder ein bisschen geld kann mir aber glaube ich nichts besseres leisten doch massebeschleuniger könnte ich mir leisten die energie braucht und gefechtslaser das lassen war ich glaube das nächste was ich mir besorge ist ein generator den man hier zieht denn dann sind die waffen extra versorgt dann kann man länger dauern vor erhalten ich habe die musik übrigens ausgemacht weil ich habe nach dem ersten video ich habe das erstmal dann gestoppt und geschaut was youtube sagt und youtube meckert trotzdem hat irgendwie andere vorgaben als die streamer destination reached okay hallo richter jemand da richter there's an awful lot of firepower around this thing well it is a brust arms outfit i mean weapons kind of rr thing and these aren't gonna spin up and start turn the shit out of us when we get within a thousand meters no 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 the software key will keep it from reading as a hat it should be just fine i'm uploading the key now this will only take a minute sollte man das gebiet scannen gucken wir uns mal kurz an da ist die station signalverstärker und ja ein zwei laser türmchen kann ja nix schief laufen richter that thing you said wouldn't happen is happening i'm getting let up out here why the hell aren't they shooting at you shit xander must have had to update the defensive software that asshole your ship is not a white list hang on i can fix this damn i can't shut down the turrets just dodge dodge them easy for you to say would you also hostile craft inbound who the hell are these guys ja das ist ne gute frage mercs just contractors xander keeps them on the payroll his muscle look i've almost got the codes keep them distracted die rakete hat leider kein ziel mehr es ist der nächste Das ist der Laser-Turm. Noch ein Laser-Turm? Ja, er wirkte ganz schön klein, der Punkt. Ich will nicht auf dem Felsen ballern. Let's get the hell out of here. We should split up. I'll meet you back at Nacogdoches. Craft entering the area. Fantastic. Ach, nö. Voll gegen den Blumen. So, gucken wir mal kurz. Nix mehr sonst zu handeln. Noch mal ein Gegner, würde ich sagen. Dann verziehen wir uns mal, würde ich sagen. Ja echt, Juno, pass doch mal auf. Ja, versuchen wir noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, aber ich sehe keine Gegner. Dann tun wir das doch. Und dann kommen wir bis Slash-Safe-Friend. Ja. Ich wollte gerade sagen, so kann man auch einfach Geld verdienen. Oh, wow. Oh, wow. Du bist noch mal. Man. Du wirst das nicht vergleichen. Du hast das nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Raketen ich habe. aber gefühlt habe ich schon zu viel gebraucht während die meinen die leitzeit auseinander schießt mich da hat der bräuchte noch eine zweite braucht er nicht so ist der frachter da hast du den frachtern hoch ich muss mir noch bezahlen das ist kein schönes Schiff das wird ja nur noch so das Modell noch zu erwischen ich hoffe er bezahlt sich aber jetzt bezahlt mich dafür dann gehen wir mal zurück wieso kann ich keinen Autopilot nutzen das ist doch gut dann können wir uns ja direkt mal was noch leisten ich würde sagen ich würde sagen dann ja mal gucken Zusatzsysteme die bessere Waffe mal gucken was drin ist erstmal muss ich auf jeden Fall reparieren oh ne das ist nur Geschosse kaufen jetzt gucken wir mal kurz ähm hatte ich ja vorhin geschaut ich mein bei der Löschburg bei der Löschburgkanone bräuchte mindest keine Energie das ist vielleicht gar nicht mal das schlechteste Moment ja dann machen wir das doch ja ja den verkaufen wir und beim Rest ja leider kein Geld Traktorstrahl kostet 7500 dann könnte ich auch noch ein bisschen was verdienen mit dem was ich so einsammle äh ja Abzurichter mal sehen was er jetzt erzählt mit dem wie gesagt was gonna happen if things went bad now hang on hang on we gotta agree on a definition of bad here we got the codes didn't we I mean in my book that's a long way from bad until I'm clear this mess I think I'm gonna reserve judgment that's what I like to hear reason the hard part is over with these codes that transfer is gonna be easy there's no slack in the rope now for stage two you're gonna need a tractor system I mean I saw what you're flying is that gonna be a problem I haven't had time to get one installed yet dammit alright I'll be back I'll be around don't take too long though ja ja I'll be back ähm das tractor system muss ich sowieso verdienen gut dann machen wir das doch mal liefere jetzt eigentlich ganz ok einfache frachtmission aber drei sprünge ich hab keinen sprung antrieb ja gut dann versuchen wir das dann machen wir mal so sondenkoordinaten das war ja glaube ich das was ich letztes mal auch gemacht habe ähm und der ausschluss der öffentlichkeit das ist halt immer noch ein bisschen das problem man weiß nicht wen man da überweg läuft ja maja klar das ist richtig das ist richtig das war es noch einer? ne da haben wir auch noch einen hab ich jetzt gerade? ähm nö nö das ist ein Pirat shit ja warum wer hat mich wer hat mich wer hat mich wer so böse getroffen ok jetzt jetzt ist es vorbei das sehe ich ja genauso aber aber warum wie ich gerade so böse getroffen wurden aber nicht mitgekriegt ja schade wieder kein trechterstrahl kann die typen nicht einsammeln würde auch geld bringen ja super ich kann nicht schneller fliegen bin etwas beschädigt worden ich kann ja jetzt die nächste station auswählen das ist die nächste station wir sind wieder zurück dummerweise muss ich jetzt reparieren für das geld was ich gerade verdient habe na super ja die musik fehlt mir jetzt tatsächlich ein bisschen aber wie gesagt ähm da youtube da mal wieder einen aufstand macht da müssen wir das leider so machen reparatur bedürftig ja das dachte ich mir sieben komponenten ok ja würde ich auch sagen das tut meinem account gar nicht gut so ähm traktesstrahl 7500 waren das und so ein generator kostet 10.000 boah so äh leichte ähm was ist das denn naja ok ich weiß nicht warum ich keine fracht ähm aufträge mehr bekommen im Moment das ist im Moment das einzige was ich glaube ich hinkriegen könnte ja da kriegt man auch mal einen Hinweis von wegen das mögen die gar nicht bei der polizei was für wunder aber was bleibt miteinander ist übrig ich kann doch sonst kein geld verdienen also gehen wir jetzt einfach mal auf die ja für piraten beziehungsweise einsam ist ja angeblich ähm wir sollen sie nur einschüchtern ich nehme ja alles was mir angeboten wird kriminelle absichten ja gut ach das waren die minen vorhin jetzt weiß ich was ich warum ich vorhin so einen schaden genommen hab wir müssen mal genau gucken muss ich ja nicht einfach nur angreifen oder sag ich mal ach ja ich nehme ähm ähm ne Ja, ihr hört es schon, Rakete kommt, Söldner greift mich an. Er klaut denn da meine Schilde? Oh man, der hält eigentlich für mich zu viel aus, muss man sagen. Ja, ihr hört es schon. Ich versuche gerade da rauszukommen. Also die Ladung hat er abgeworfen. Und den Söldner habe ich auch erwischt. Jetzt ist nur noch die Frage... Ähm... Ah ja, gut, das gilt schon als Mission. Dann würde ich jetzt gerne noch hier wegkommen. Aber ich will ja nichts sagen. So ein Auftrag lohnt sich so nicht. Weil ich nicht mit dem Schiff... Nee, nee, der kam nicht mehr. Ich will kein anderes Signal. Ich will nur nach Hause und repariert werden. Ja, ja, machte nur. Ja, dann würde ich sagen, wir haben gerade noch unsere eigene Haut gerettet. Das Piratenleben ist definitiv nichts für uns gerade. Mal gucken. Reparatur bedürftig heißt... Ähm... 3.000! Ja, das war deutlich mehr, als was ich gedient habe. Ja, ich bin... Ähm... Ich bin nicht unterwältigt. Ich bin nicht unterwältigt. Das war ja mal gar nichts. Was ist das? Ich kann das machen. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. also das ist jetzt für mich auch Premiere äh, Moment da werden sie mir angezeigt da sind natürlich auch Jäger bei naja, klar ähm, ja die sind uns trotzdem natürlich als erstes raus, ja klar ähm Looks like somebody's in trouble I seem to be in a bit of trouble I sure could use your help Oh nein Oh nein Die erste Reaktion sollte eigentlich nicht abgeschossen werden Oh 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 Und den letzten raus, wo der denn? Da hinten ist er Ja, da sind viele Minen drumherum So, Gebiet gescannt. Wo ist er denn? Hat er den Händler schon zersägt? Siehe ich das gerade richtig? 13 Minen verbleiben, ja. Ich bin auf jeden Fall ganz schwerer. Man hört sich die Munition nachgeladen wird bei dem einen Geschütz. Könnte ich eigentlich auch ausstellen? Wow, sehr spannend. Ich muss mal gerade gucken, die Einstellung, um die Waffen auszuwählen. Ich glaube, die sind auf dem Digi-Pad, aber ich weiß nicht genau. Ja, Waffen durchschalten, nach links, okay. Dann nehme ich nur den Gefechtsleser, weil ich an der Mathe rein kann. Okay, da komme ich nicht ran. Ich glaube, die Waffen sind soweit. Ah, Spannung, Ruhe. Ich gucke mal gerade, was da kommt. Hallo? Den will er nicht aussuchen, warum will er den nicht aussuchen? Das sind nur noch die Minen, oder? Ach, da, da ist das Crafty, der Händler. Okay. So, eine Mine noch, komm schon. Okay. Ja, dann, äh, sollte es das ja eigentlich gewesen sein, oder? War jetzt natürlich nicht so dolle. Ähm, wir können aber mal, weil wir ja nicht genug Geld verdient haben, wenn ich es richtig sehe. Mal kurz schauen, wo geht man denn hin? Unbekannt. Gehen wir doch mal da hin. Ja, gut. Der Felsvlog, ähm, er könnte genauso gut auch ein Nugdogge, so wie das Ding heißt, sein. Das ist jetzt keine große Veränderung. Mal gucken, ob wir jetzt noch eine Pachtmission vielleicht bekommen, das geht definitiv schneller und, äh, wäre vielleicht gar nicht das schlechteste für uns. 4.000 reicht leider nicht. Ja, einfache Fachtmissionen, aber Sprünge, wie soll ich das denn machen? Boah, komm. Lokale Patrouille. Naja, gut, das bringt auf jeden Fall mehr. Dann versuchen wir das, dann nehmen wir die Mission noch an. Das kann eigentlich nur schief nehmen. Aber wir brauchen das Geld. Also tatsächlich war es so, bei meinem eigenen Versuch hatte ich nie das Problem, dass diese Frachtmissionen nicht kamen. Mal sehen. Mal sehen, wie ich jetzt tatsächlich ein bisschen verwundert. Oh, okay. Ja, ist okay. Das können wir mal machen. Ja, ich muss nur schiefchen. Ich bin glücklich. Okay. Ja, ich bin glücklich. Da, ich bin glücklich. Ja, super. Der wirft der Fracht für mich ab. Ich habe aber keinen Traktorstrahl. Oh Mann, danke für nichts. Ach, Manu. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja gut, das sind Jackrabbits und viele offizielle, also das wird ja wohl machbar sein. Ich habe doch jetzt... Ja, ja, das ist ja. Nicht, dass ich auf irgendwelche Insiderne schieße. Das freut mich doch. Ach so. Ach so. Das gleicht ganz schön hier. Ja, so ungefähr. Ich fand der Vergleich war jetzt gar nicht so schlecht. Okay. Ich glaube, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Was machen die? Erstmal Schmuggelware überprüfen. Dankeschön. Dankeschön. Und? Und ich mag Dankeschön. Nichts. Autopilot disengaged by Distress Signal. Nehmt's mir nicht übel, Leute. Im Moment. Nehmt's mir nicht übel, Leute. Im Moment. Spare ich mir das? Ah, da wollte irgendjemand was sagen. Oh ja, ich sehe es. Nehmt. 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 Viele ossчи. Nehmt. Nehmt. Wir sind nur noch am Leben. Einige, das hält denn der als aus? Ich denke, das ist der letzte von ihnen. Ah, okay, das waren sie schon. Also schon ist gut. Ja, und wieder ein Frachcontainer, den ich mitnehmen könnte. Könnte, theoretisch. Wenn ich da auch ein Traktorsystem hätte. Leider fehlen das nach wie vor. So, ich glaube, das sind Minen wieder, oder? Oh, nö. Gar nicht. Dann nehmen wir den als erstes. Dann nehmen wir den halt nicht als erstes. Scheiden die sich alle drum zu kümmern. Immerhin, das waren fast 4.000. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich habe leider nicht mehr so ganz in Erinnerung, wieviel ich da nicht hatte. Ja, habe ich gemerkt. Diese verflixten Minen, ehrlich. Boah, lass mich hier raus. Ja, super, diese Minen. Also, ich hatte tatsächlich vorher überhaupt keine Erfahrung mit Minenfeldern hier. Und ich bin gerade froh drum, wenn ich ehrlich bin. Schnell. Weil, ich fürchte, jetzt muss ich wieder einiges reparieren, und dann reicht das Geld wieder nicht. wenn ich das so sehe kann wieder nur 250 fliegen heiß antrieb ist wieder beschädigt die station die können wir langsame ziemlich gut nein ich wollte ich habe aus dem b gedrückt merken nicht drücken wenn man gerade gelandet ich hab's ja ich meine kostet mich ja nur 50 noch mal zum beispiel den ganzen quatsch 8 komponenten 500 faktor strahl kostet 7500 22 übrig ja gut dann haben wir zumindest die komponente und was denn richter eigentlich von uns will das erfahren wir dann in der nächsten folge bis dahin sage ich dann erst mal schau